Tosai von Hirasawa, Marusai. Verschiedene Varietäten, die sind jetzt gerade importiert worden. Das sind Asagi, Hiotsori, Kimatsuba, da ist ein Oranje, Koakushu, Wasanke, Akamatsu, Kuchaku. Sehr, sehr schöne Shusui sind dabei, da ist ein Tanjo, Ginrinjagoi, also ganz tolle Fische. Wir haben 400 Stück, wer da was möchte, kann den melden.